Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten zum Abschluss der Videoreihe zum LG G2. Wie immer die Informationen, wie erstellt ihr einen Screenshot und wie setzt ihr das Gerät zurück. Screenshot, ganz einfach. Einfach die Leiste hier von unten nach oben ziehen und dann rechts auf Quick Memo wechseln. Dann wird ein Screenfoto genommen. Notfalls, falls es hier gelb wird, einfach hier oben auf dieses gelbe Ding da spucken, rüber wechseln und auf Speichern klicken. Galerie, das Foto ist gespeichert. Alternativ könnt ihr ganz einfach hier unten auf Einlaufs-Power und die Runter-Taste gleichzeitig drücken für 1-2 Minuten und dann ist auch das geschehen. Und jetzt setzen wir das Gerät zurück. Wir gehen in die Einstellungen, in die Systemeinstellungen, auf Allgemein, sichern und zurücksetzen, ganz runter auf Speicher zurücksetzen, nochmal bestätigen, nochmal bestätigen. Das System wird zweimal neu gestartet. Okay, heruntergefahren, LG meldet sich und wir sind fertig. Ihr könnt das Gerät nun weiterverkaufen oder sonst was damit machen. Das war's von mir. Vielen Dank für Ihre Zeit. Macht's gut. Ciao.